Erstmal vorab wollte ich mich kurz für den Support bedanken, freut mich auf jeden Fall, dass euch die Videos gefallen und ich wollte mich kurz dafür entschuldigen, falls ich mich in dem Video irgendwie komisch anhöre, ich bin erkältet und meine Stimme ist ein paar Mal abgekackt, deswegen sorry dafür. Auf jeden Fall, falls euch das Video gefällt und ihr mich unterstützen wollt, lasst gerne ein Like und einen Zap da und einen Kommentar für den Algorithmus, würde mich freuen und ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, Link ist in der Beschreibung. Ansonsten, viel Spaß mit dem vierten Part der Lost Media Reihe. Eines der Spiele, die rund um 2014 am gehyptesten waren, obwohl es nur eine Demo bzw. ein Teaserspiel für das offizielle Spiel gab, was P.T. hieß. Das offizielle Spiel hätte jedoch Silent Hills gehießen, denn 2012 gab Hideo Kojima bekannt, dass er und sein Studio an einem Spiel arbeiten, woran auch Guillermo del Toro und Norman Reedus beteiligt sind. Norman Reedus sah man übrigens auch am Ende von P.T., aber da sich Hideo Kojima und Konami 2015 leider voneinander getrennt haben, war es das auch für Silent Hills gewesen. Doch nicht nur das, auch die Demo wurde aus dem Playstation Store entfernt. Ich weiß nicht, wie viele von euch die Demo gespielt haben oder die Zeit mitbekommen haben, aber ich kann euch versichern, wirklich, die Demo war so unfassbar gut. Das war wirklich für die damalige Zeit Next Level gewesen, sei es die Horrorkulisse, auch wenn alles nur in einem Haus gespielt hat. Dieses Spiel hat einen extremst gecatcht und wie gesagt, es war nur eine Demo. Ihr seht ja auch gerade einiges von dem Material, auch wenn man es spielen muss, um es mehr nachvollziehen zu können, was ich damit meine. Auf jeden Fall ist es noch interessant, dass Guillermo del Toro eine andere P.T. Version zugeschickt bekommen hat von Kojima als die, die man dann als Teaser im Store spielen konnte. Aber ja, ich finde es extrem schade, dass das Spiel einfach nicht erschienen ist, weil der Teaser mehr als nur vielversprechend war. Vor allem, wenn man auch noch Guillermo del Toro und Norman Reedus an Land ziehen konnte. Also der 2019 erschienene Film Joker mit Joaquin Phoenix hatte wie so viele Filme Deleted Scenes gehabt. Nur ist der Director, Todd Phillips, gar kein Fan von Extended Cuts oder Deleted Scenes. Denn seiner Meinung nach sind Deleted Scenes aus einem guten Grund nicht in einem Film, weil es nicht dazugehört. Auf jeden Fall gab es hier mindestens eine Szene, die für Todd zu krass für den Film war. Nicht im Sinne von Nacktheit oder sowas, sondern weil sie wirklich richtig verrückt gewesen sein soll. An sich gibt es einiges an Material, was es nicht in dem Film geschafft hat. Aber diese eine Szene, die zu krass gewesen sein soll, wird immer wieder erwähnt. Und mich interessiert es echt, was diese Szene genau gewesen wäre, da ich den Film geschaut habe. Kanye West hatte 2012 ein Copilation Album geplant gehabt, mit den verschiedensten Leuten, die bei seinem Good Music Label gesigned waren. Und zwar namens Cruel Summer. Mit dabei wäre auch ein Kursfilm gewesen, mit dem selben Namen, Cruel Summer. Und dieser wurde auch soweit gefilmt und unter anderem sah man zum Beispiel auch in diesem Kursfilm Kit Cuddy. Und dieser Kursfilm hat sogar eine Story. Denn Kit Cuddy in dem Fall ist ein Dieb, der sich in eine blinde arabische Prinzessin verliebt. Und dieser muss drei Challenges schaffen, damit ihr Vater ihm erlaubt, sich zu heiraten. Und der Film wurde auch einmal vorgespielt, bei den Keynes Film Festivals 2012, aber nie released. Über die Jahre hat sich aber auch immer mehr Material angesammelt, sodass man fast alles von diesem Kursfilm hat. Und es so scheint, als ob nur noch wenige Minuten fehlen. Agent sollte ein Action Game werden und wurde auch 2007 auf der E3 angekündigt und wäre auch für die Playstation 3 erschienen. Bei der E3 wurde auch gesagt, dass Rockstar nicht nur an einem Spiel, sondern an einem ganzen neuen Franchise arbeiten würde. Also wäre das hier wirklich ein größeres Ding geworden, als einfach nur ein Spiel. Und nicht nur das, es wäre auch Playstation Exclusive gewesen. Weil Sony der Meinung war, dass dieses Spiel oder das Franchise, was daraus entstehen würde, den Maßstab der Gaming-Industrie setzen würde. Aber bis 2009 bekam man nicht wirklich Details und es wurde auch, wenn es sich vielversprechend anhörte, echt ruhig um das Game. Aber auf der E3 2009 bekam man dann ein paar Kleinigkeiten, wie dass man daran festhält und der Meinung ist, dass Agent so ein Kracher wie GTA werden könnte. Und ein wenig später wurde auch gesagt, dass es 2010 auch endlich erscheinen soll. Aber es kam einfach nichts. Nur 2011 kam zumindest etwas. Denn dort kamen diese Bilder ans Licht von dem Spiel. Auch wenn es nicht viel ist, war es immer ein etwas. Aber die Bilder sind auch aus dem Jahr 2009. Und nicht 11, wo sie öffentlich gemacht wurden. Also wenn daran weitergearbeitet wurde, war es nicht allzu aktuell gewesen. Auf jeden Fall war es dann soweit gewesen, dass die PS4 erschienen ist. Und dann hätte man es ja auch als PS4-Exclusive-Spiel herausbringen können. Was offensichtlich auch nicht passiert ist. Denn auch wenn mehrere Jahre in Folge der Name für das Spiel Agent jedes Mal neu getrademarkt wurde und anscheinend daran gearbeitet wurde, ist das Spiel nie erschienen. Und wurde ab 2018 auch nicht mehr getrademarkt von Rockstar. Und 2021 war es auch nicht mehr gelistet auf der Rockstar-Game-Seite. Also wird das Spiel wohl sehr wahrscheinlich nichts werden. Falls euch das Video gefällt, lasst auch gerne ein Like und einen Sub, Daumen euch kostenlos zu unterstützen. Schreibt gerne einen Kommentar für den Algorithmus. Und folgt mir auch gerne auf Instagram, Links in der Beschreibung. Vielen Dank für's Zuschauen und weiter mit dem Video. Metallica sollte den meisten ein Begriff sein, denke ich mal. Und hier geht es um eine Art Tribute-Album rund um Metallica. Wo verschiedene Bands Songs von Metallica auf ihrer eigenen Art, sage ich mal, gecovert haben. Jahrelang war das hier nicht aufgefunden worden. Bis ein YouTube-Kanal namens Quaggis Music dieses Album auf YouTube hochgeladen hat. Und er erzählte auch davon, beziehungsweise schrieb, wie er an das Material kam. Und das ist recht simpel, indem er einfach mit den Leuten von dem Album im Austausch war. Aber er weiß auch nicht genau, warum das Material hier so lange lost war. Er geht davon aus, dass es daran liegen kann, dass die Plattform, worüber das Album erschienen ist, ziemlich schnell dicht gemacht hat, nachdem das Album erschienen ist. Und es auch rund um die Labels ziemlich ruhig geworden sein soll. Und die Version, diese Album-Version, die er hat, scheint eine Art Testversion zu sein, da nur 100 Kopien erstellt wurden. Aber soweit ich weiß, ist da trotzdem alles drauf, was auf der normalen Version drauf gewesen wäre. Nur heißt sie trotzdem Testversion. Aber immerhin ist hier mal wieder was gefunden. Das Incel-Projekt war eine Dokumentationsserie, die von 2008 bis 2012 lief und hatte 13 Episoden, obwohl es auch 12 sein könnten, da man sich bei der letzten Episode namens Final Cut nicht sicher ist, ob diese überhaupt existiert. Und von den ersten beiden Episoden wurde einiges gefunden, von den anderen jedoch gar nichts. Man geht davon aus, dass diese Serie nicht mal zu Ende gebracht wurde und das einfach nur alles ist, was existierte, aber eigentlich viel mehr vorgesehen war. 2007 hat ein YouTube-Kanal namens Lotus Man 17 ein Video hochgeladen mit dem Titel Super Mario 64 Big Star Secret, was in den Jahren bis 2012, weil es dort gelöscht wurde, ziemlich populär war. Denn in dem Video konnte man angeblich sehen, wie man Luigi freischalten könnte in Super Mario 64. Man musste gewisse Schritte befolgen, wie um einen Brunnen gehen und so weiter. Die Schritte an sich sind auch nicht wirklich wichtig, aber dann sollte man an einer gewissen Wand stehen bleiben, A drücken und das wäre das Ende gewesen. Hätte man es selber ausprobiert, würde eigentlich gar nichts passieren. Aber in seinem Video gab es dann einen Jumpscare von dieser Werbung hier von Kayfee. Telechat oder wie bei uns die Sendung mit der Katze war eine französische Kindershow, die von 1983 bis 1986 lief und es gab sie natürlich auch einen englischen Dub für diese Show. Nur scheint dieser Dub nirgends wirklich auffindbar zu sein, außer zumindest eine Folge, die ich auf YouTube finden konnte, die vor ein paar Wochen hochgeladen wurde. Und die Person, die das hochgeladen hat, schrieb selbst in der Beschreibung davon, dass er auch nur diese eine Episode auf Englisch finden konnte und sonst keine andere. Das Doom-Game, worum es sich hier handelt, erschien 2016 und zwei Jahre zuvor, also 2014, gab es auf der QuakeCon 20 Minuten an Gameplay-Material von der Beta von Doom. Es wurden hierzu nur ganz wenige Details beigefügt und es wurde den Zuschauern vor Ort auch, wie man es sich teils denken kann, verboten, das Material davon zu filmen. Daher weiß man hier auch nur extrem wenig darüber, aber immerhin ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass die Version, die man dort vor Ort sah, um einiges blutiger gewesen sein soll als die finale Version und sie hatte mehr Todesanimationen. Und das Einzige, was man hier nach einigen Jahren noch irgendwie finden kann, ist dieser 50-Sekunden-Clip, den ihr schon sehen könnt. Dieser Film hier, Gogola, basiert auf einem anderen Film namens Gojira oder eher genannt Godzilla, wo es offensichtlich um Godzilla geht, aber dieser hier ist, wie es scheint, der einzige Monster-Film, der aus Bollywood stammt. In dem Fall hat man eine Gruppe von Teenies, die das Monster sehen und die Leute warnen wollen. Keiner glaubt ihnen, bis das Vieh alles zerstört und so weiter. Relativ klischeehaft, das Monster zerstört die Stadt, keiner weiß, wie man es aufhalten kann, bis ein Kerl, ein Wissenschaftler und seine Tochter eine Art Gift entwickeln und das Vieh killen können. Und wenn ihr euch Fragen tut, warum nicht den ganzen Film Spoiler, liegt es daran, dass der Film halt gar nicht auffindbar ist. Nicht mal fünf Minuten oder sowas, gar nichts. Und man auch davon ausgeht, dass gar keine Kopie des Films mehr existiert heutzutage. Und da die Company, die diesen Film hier produziert hat, auch nur diesen einzigen Film produziert hat, schien der Film auch nicht wirklich erfolgreich gewesen zu sein. Also diesen Film mal komplett zu finden, ist schon extrem unwahrscheinlich. Ja, es geht hier tatsächlich um die Band Metallica, denn Richtung 2003-2004 war ein Open-World-Shooter-Game geplant und es sollte von Black-Label-Games produziert werden. Beziehungsweise wurde von ihnen bis zu einem gewissen Punkt entwickelt, denn Ende 2004 wurde bekannt gegeben, dass das Spiel hier gecancelt wurde. Aber das Spiel war trotzdem bis zu einem gewissen Punkt entwickelt worden, nur wie weit genau, ist schwer zu sagen, weil die einzigen Infos, die man hat, die sind, dass man in dem Game eben viel Musik von der Band gehabt hätte und man sonst nur ein Stück vom Beta-Gameplay hat, was 2011 die Runde gemacht hat. Denn das Gameplay wirkt nicht nur verdammt whack, sondern ist auch irgendwie total zielos, auch wenn es natürlich nur ein Teil der Beta ist, beziehungsweise war. Und das Game ist natürlich lost und wurde wie erscheinend auch nicht gefinisht. Weirder Name, ich weiß. Und bei so einem Namen würde man auch denken, dass es nicht von Nintendo entwickelt wurde, aber das wurde es tatsächlich, im Jahres 2000. Nur ist das hier kein Konsolenspiel, sondern einfach ein Flash-Game im Webbrowser, was nur entwickelt wurde, um Mario Tennis für den Nintendo 64 zu promoten. Und das Spiel ist einfach nur weird, denn das Prinzip hier hinter ist, du musst Waluigi die Fußnägel abklippern und sie in einem Behälter einfangen und umso mehr du in diesem Becher fangen kannst, umso mehr Punkte kriegst du. Und das Spiel ist heute eben nicht mehr auffindbar, da es wahrscheinlich eben nur zur Promo diente und dann runtergenommen wurde. Aber wie gesagt, ein weirder Weg, um das Spiel zu promoten. Ja, recht simpel. Konami hatte die Source-Codes für Silent Hill 2 und 3 verbummelt, verloren, aus Versehen weggeschmissen, wie auch immer. Also mussten sie an einem unfertigen Bild wieder anfangen zu arbeiten, was auch einer der Gründe ist, weswegen die Playstation 2-Version, zum Beispiel keinen Nebeleffekt hatte. Ich habe von dieser Internetshow hier noch nie gehört, aber die Fun Day Poppad Show soll wohl eine der am längsten laufenden Internetshows aller Zeiten sein und hat 749 Episoden. Die Show startete 1999 und zwei Jahre später gab es 9-11. Dort hat sich der Cast zusammengetan, um Leute, die von dieser Tragödie betroffen sind und aufgewühlt sind, zu beruhigen und Trost zu schenken. Einige Zuschauer, die diese Episode gesehen haben, haben gesagt, dass sie wirklich so tränen gerührt waren. Aber aus unbekannten Gründen ist diese Episode einfach lost und sie war auch nicht downloadbar oder sowas. Was komisch ist, weil davon gesprochen wird, dass genau diese Episode die war, die mit Abstand am besten ankam bei der Community und es einfach authentisch gewirkt hat. Was auch ein Grund dafür sein kann, was ich denke und verstehen könnte, ist, dass so ein Thema erstens nicht zur Show passt und zweitens man wahrscheinlich mit so einem Ereignis keine Cloud ziehen wollte und man es deswegen so lässt, dass es für die damalige Zeit gedacht war, um Leute zu beruhigen und den Trost zu schenken und nicht, um dadurch irgendwie Fame zu ziehen. Das ist aber nur meine Theorie. Die Moxie Show war eine animierte Serie, die 1993 an den Start ging und hier ist es ähnlich wie bei der Show, wo Johnny Bravo Cartoons oder Animes gezeigt hat und dazu sein Senf gegeben hat. Hier ist es dasselbe Prinzip mit dem Unterschied, dass die Moxie Show davor rauskam. Also man hat hier auch Cartoons sehen können in der Show und der animierte Charakter Moxie gab sein Senf dazu oder kommentierte es, wie auch immer. Die Show fing auch an mit dem Namen The Mox Pirate Show, wurde aber ein paar Monate später umbenannt in The Moxie Show und es wurde auch ein Charakter hinzugefügt namens Flea, der von Chris Rock gesprochen wurde. Auf jeden Fall endete die Show 1996, da sie nicht, wie schon angemerkt, populär genug war und die Quoten nicht gut genug waren. Aber die Reruns der Folgen liefen immerhin noch bis 2000, um ganz genau zu sein den 1. April und es macht auch Sinn, warum ein großer der Show lost ist, denn genau an dem Tag sind die ganzen Classic Cartoons von Cartoon Network zu Boomerang gewechselt. Nur diese eine Serie hier eben nicht und seitdem war die Show eben nie wieder zu sehen, sei es auf dem Cartoon Network, Boomerang oder sonst wo. Hierbei handelt es sich um eine TV-Show, die von 1936 bis 1937 lief und hier hat man sich einen Wrestler namens Bob Gregory als Main-Charakter für die Show geholt, da dieser in den verschiedensten Sachen schon in seinem Leben erfolgreich gewesen ist und nicht nur im Wrestling, zum Beispiel auch im Boxen. Und hier wurde den Leuten in dieser Show eben Jiu-Jitsu demonstriert, vor allem mit dem Gedanken, dass wenn man sich in einer gefährlichen Situation befinden würde und man sich wehren muss, dass man diese Moves, die er einem in dieser Show zeigt, auch anwenden kann. Aber da es zu dieser Zeit vor 1950 recht schwer war, Shows gespeichert zu halten und diese Show hier auch noch live ausgestrahlt wurde, findet man hiervon eben rein gar nichts, keine Episode oder sonst was, nur wenige Minuten von einer Judo-Demonstration für speziell Frauen, die 1937 von ihm aufgenommen wurde, aber nicht Part von einer direkten Show war. Yasuko Endo war eine japanische Schauspielerin und Model, die sich leider vor fast 40 Jahren mittlerweile ihr Leben genommen hat, mit gerade mal 17 Jahren. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin und Model sollte sie auch als Sängerin debütieren und das unter Vertrag bei Pony Canyon, die nicht nur Musik, sondern auch Filme, Spiele und so weiter rausbringen. Dort kommen heutzutage auch zum Beispiel noch Stuff für Attack on Titan und anderes Zeug raus. Auf jeden Fall sollte ihr erster Song In the Distance heißen und dieser sollte im Mai 1986 erscheinen. Aber da Yasuko sich zwei Monate vorher das Leben genommen hat, hat Pony Canyon alle Kopien von dem Song zerstört und entsorgt und die Pini gecancelt, was verständlich ist. Es ist aber rein theoretisch möglich, dass es noch Kopien von dem Song gibt, denn Magazine hatten damals schon vor Release Reviews rausgehauen. Nur ob diese bis heute dann irgendwie auch noch überlebt hätten, ist natürlich schwer. Ich weiß nicht, ob die Band Dead or Alive hier irgendwas sagt, aber der Song You Spin Me Around sollte einigermaßen im Begriff sein. Und diese brachten 1990 das Album Fan the Flame Part 1 raus. Und es sollte recht zeitnah Part 2 folgen. Nur geschah das einfach nicht. Auch wenn einige Songs 1992 schon aufgenommen wurden und es danach aussah, dass zeitnah dieses Album erscheinen sollte, war es nicht der Fall gewesen. Und es wurde gecancelt, bevor es 100% fertig war. Gewisse Songs wurden in den 90ern schon gereworked und schafften es auch auf das Nucleopatra-Album. Wie zum Beispiel der Song You Were Meant For Me. Daraus wurde International Thing. Aber 2021 kam das Album dann doch heraus, also der zweite Part von Fan the Flame. Denn der Producer, Craig Hardy, hatte mehrere Diskussionen und Unterhaltungen mit Pete Burns und Steve Coy von der Band gehabt. Pete Burns in dem Fall war auch zum Beispiel der Liedsinger gewesen von der Band. Aber da Pete Burns 2016 verstorben ist, konnte Craig gewisse Sachen, Werke, wie auch immer, nur fertigstellen im Beisein von Steve Coy, der eben auch Part von der Band ist. Der zwei Jahre später nach Pete auch verstorben ist. Im Jahres 2018. Also war es immerhin anscheinend gewollt gewesen, dass dieses Album doch erscheinen sollte. Auch wenn beide leider vor dem Release des Albums verstorben sind. Lord Byron oder George Gordon Byron war ein britischer Dichter und lebte von 1788 bis 1824. Dieser hatte von 1818 bis 1821 verschiedene Memoiren verfasst, aber man weiß nicht wirklich, was darin genau geschrieben wurde. Man geht zwar davon aus, dass es um Sachen wie sein Liebesleben ging, das Reisen, sowas alles, aber genau wie gesagt, weiß man das hier halt nicht. Und da Byron eben 1924 verstorben war, wurden seine ganzen Memoiren, die nicht veröffentlicht wurden, einfach zerstört. Warum auch immer. Und da es so unfassbar lange her ist, wird man diese auch nie wieder haben. Viktor Striburg ist ein YouTuber, der diese Show hier kreiert hat und es soll eine Art Psychological Horror Web Serie sein, die den Namen Smile Guide trägt. Und kurz erwähnt, die Show hat keinen direkten Plot oder so, sondern es geht unter anderem um ein Mädel namens Agatka. Sie ist der Host von einer imaginären Show und dort sieht man verschiedene Charaktere, die unter anderem diese Show, dieses Horrorfeeling geben. Auf jeden Fall wurde die dritte Episode, zwar wo die Serie noch am Laufen war, angekündigt, aber nie released. Was komisch ist, denn die Episode war die einzige mit einem eigenen Trailer gewesen und trotzdem ist die nie erschienen. Hier geht es um eine Internetseite eines Magazins namens Recreo und Recreo Online war halt eben der Name der Seite gewesen. Auf der Seite konnte man gewisse Parts des Magazins finden, Spiele, Videos und anderen Stuff. Die Seite hatte sogar eine Zeit lang eigene animierte Episoden kreiert, rund um ihre Collection. Aber da die Seite sich veränderte, ist sehr viel des Contents, was auf der Seite war, lost, wie eben zum Beispiel die Animationen und so weiter. Gewisse Parts findet man zwar noch, aber bei weitem nicht alles. Den Namen der Show werde ich nicht aussprechen dürfen, zumindest nicht das erste Wort. und die Show ist eine britische Sitcom aus 1990 und handelt um Adolf Hitler. Die Show kam auch von Anfang an absolut schlecht an und hat extrem viel Kritik bekommen. Warum, kann man sich glaube ich denken. Aber nicht nur wegen dem Offensichtlichen, dass sich Leute angegriffen gefühlt haben, sondern weil sie auch einfach unfassbar unlustig war. Laut vielen Leuten hat die Show auch das Limit der Ironie überschritten, kann ich aber nicht beurteilen. Daher wurde sie auch ziemlich schnell gecancelt und wurde danach auch nie wieder ausgestrahlt. Es war auch nur die Pilot-Episode, die ausgestrahlt wurde und mehr nicht. Auch wenn noch einige Episoden geplant waren, wurde eben nur die Pilot-Episode namens The Piece in Our Time gefunden, obwohl schon acht weitere gefilmt wurden. Sonst hat man wirklich nur ganz wenig Material von der Show und davon ist das meiste eigentlich nur aus der ersten Episode. James Räufe kreierte in den 2000ern ein YouTube-Format, wo er sich im Prinzip über schlechte Retro-Videospiele lustig macht und diese, ich sag mal, thematisiert nur eben auf seine eigene spezielle Weise. Das vierte Video der Reihe war eine Review von einem NES-Game namens Who Framed Roger Rabbit. In der Review hätte es eine Szene gegeben, wo James einen Part improvisiert hätte, wo er abgegangen wäre und Sachen gesagt hätte, die das Spiel eben noch schlechter gemacht hätte, als es sowieso schon war. Die Szene hat es aber aus technischen Gründen nicht ins Video geschafft und das Einzige, was man davon noch hat, ist dieses Stammbild hier, was ihr schon sehen könnt. 2018 brachte Weekend My Dear Melancholy heraus, was eine für viele düstere Richtung genommen hat. Aber eigentlich war ein ganz anderes Projekt geplant gewesen, nämlich ein Album namens Upbeat. Und eigentlich war es nicht nur geplant, sondern es wurde auch geschrieben und sogar fertig aufgenommen. Es wäre auch nicht im Verhältnis so düster wie My Dear Melancholy geworden, sondern eher viel fröhlicher. Aber da sich viele Sachen in Weekends Leben zu dem Zeitpunkt geändert haben und er nichts performen oder veröffentlichen wollte, was er nicht zu 100% fühlt, wurde das Projekt eben nie veröffentlicht. Ansonsten hat man nur Gerüchte und Spekulationen rund um das Album gehabt. Angeblich sollte es Happy heißen, es sollte wohl um Selena Gomez gehen, da er zu dem Zeitpunkt von dem Album mit ihr zusammen gewesen ist. Aber ein Song soll wohl auch seinen Weg ins Internet gefunden haben, nämlich On Top, welcher auf dem gescrapten Album gewesen wäre, den man auch online immer noch finden kann, wo man auch das hören kann, was vermutet wurde. Nämlich ist es um einiges fröhlicher als das Album, was stattdessen erschienen ist. Tape Ram war ein Nebenprojekt der Band Nine Inch Nails gewesen und lief auf fast 10 Jahre von 1995 bis 2004. Sie haben auch sehr viel Material aufgenommen gehabt, genug, um mindestens ein komplettes Album zu machen. Dann sind Leute von dem Projekt abgesprungen, später hatte man dann Rechtsprobleme und so weiter, was dem Projekt irgendwie immer einen Stein in den Weg gelegt hatte. Und laut Trent Reznor, der das Projekt seit dem Start mitmachte und auch ein Part von Nine Inch Nails ist, waren die Songs auch nicht so gut geworden, wie man es sich erhoffte. Wäre sie wirkliche Bretter gewesen, hätte man diese auch rausgehauen und es hätte alles geändert. Nur war das anscheinend eben nicht der Fall gewesen, laut deren Meinung. Und bis heute wurde offiziell nichts veröffentlicht. Es gibt nur zwei Songs, einmal Vacant, der aufgenommen wurde und dann mit dem Titel Passive erschienen ist, aber nicht unter dem Tape-Ram oder nein Inch Nails Namen, sondern von der Band A Perfect Circle, was eben nicht die exakte Version ist, die damals aufgenommen wurde. Und einmal Potions, was auch nicht unter dem Tape-Ram Namen erschienen ist, sondern einer Band namens The Passifers. Aber das sind halt alles nicht die originalen Songs, wie sie damals vorhergesehen waren, sondern die wurden etwas abgeändert. Ich denke mal, Daft Punk ist allen ein Begriff. Falls nicht, die haben an unzähligen Musikwerken mitgearbeitet und selbst eine Tonne herausgebracht, wie Get Lucky, was ein absoluter Hit war, oder One More Time, oder Starboy, wo sie auch ein Viech davon waren. Auf jeden Fall hatten diese 2002 Werbespots gehabt, für die Olympischen Winterspiele 2002. Und davon war eben einer Lost gewesen, den man mittlerweile wiedergefunden hat, nämlich genau den, den ihr sehen könnt. Ich glaube, einige kennen den Max Headroom Hijack, oder zumindest haben sie mal etwas davon gesehen. Hier ist es so, dass es am 26. November 1977 einen Vorfall gab, wo die originale Audiospur in gewissen Parts, aber nur im Süden von England, ersetzt wurde, durch eine Stimme, die eine Nachricht überbringen sollte. Und die sprach dann von Sachen wie Ashtar, und das soll der Name eines Außerirdischen sein. Der sprach von einem galaktischen Kommando, und dass man eine höhere Evolutionsstufe erreichen könnte. Sowas alles, weirdes Zeug halt. Auf jeden Fall hielt das knapp 6 Minuten an, und dann war alles wieder gut gewesen, und alles war beim Alten. Man konnte nicht herausfinden, wer es genau war, und das Bildmaterial davon, findet man auch nicht mehr. Man hat hier das Audio-Material, mit Subtitles auf YouTube, für die, die sich dafür interessieren, aber mehr auch nicht. 1999 erschien dieses seltsame Haustier-Spiel, namens Seaman, und wenn ihr es gerade sehen könnt, wisst ihr auch genau, was ich mit weird meine. Aber es war auch irgendwie besonders, nicht nur, dass dieses fischige Etwas einen Menschenkopf hat, sondern man konnte sich mit dem Ding über ein Mikro unterhalten, oder mehr bis zu einem gewissen Grad kommunizieren. Auf jeden Fall erschien das Spiel für den Dreamcast und der PS2, und es sollte eigentlich auch ein Windows-Port bekommen, die aber nie released wurden. Unter anderem, weil der Port, den man rausgebracht hätte, nur für Japan zugänglich gewesen wäre. Es gab noch andere Gründe, aber das sind eher technische Kleinigkeiten. Big Buckman ist ein unveröffentlichter Animationsfilm aus Amerika, wo einfach Brandon Fraser und Marlon Brando Rollen drin hatten, beziehungsweise gehabt hätten. Und der Film wurde auch noch von Bob Bendison geschrieben, der unter anderem Episoden für die Simpsons geschrieben hatte. Und in dem Film, für die, die es interessiert, wäre es um vor allem Howard Kind gegangen, der in einer Süßigkeitenfabrik arbeitet. Dieser wird von einem Insekt gebissen, verwandelt sich daraufhin, und aus ihm wird dann eben in dem Fall Big Buckman. Und der sollte eigentlich zwischen 2006 und 2008 erscheinen. Nur war das, warum auch immer, nie der Fall gewesen. Marlon Brando nahm seinen Part für den Film Zuhause am 10. Juni 2004 auf und verstarb keinen ganzen Monat später am 1. Juli. Vielleicht war sein Ableben einer der Gründe gewesen, weswegen der Film nie erschienen ist. Aber genau weiß man das hier nicht. Man hat hier auch nur ein paar Bilder und wenig von der Audio von Marlon Brando für seine Figur, aber das war's auch. In dem Game Playstation All Stars hatte man die verschiedensten Charaktere gehabt, von Kratos aus God of War bis hin zu Nathan Drake aus Uncharted. Und es war ein Game, was für die Playstation 3 und PS Vita erschienen ist, was von Superbot Entertainment entwickelt wurde. Da sich aber Superbot und Sonys 2012 voneinander trennten, waren auch alle geplanten DLCs für dieses Game dahin gewesen. Man weiß aber, dass Darth Fett von The Legend of Dragoon und Abe von Oddworld in einem DLC gewesen wären. Aber mehr auch leider nicht. Sadness sollte eigentlich ein Survival-Horror-Game werden und das für die Nintendo Wii. Die Hauptfigur wäre Mariah Langyal gewesen. Die hätte ihren Sohn beschützen müssen, aber nachdem es einen Unfall gab, wurde der Sohn blind und während das Spiel immer weiter voranschreitet und weiterläuft, verschlechtert sich der Zustand ihres Sohnes immer weiter. Er verändert sich und wird seltsamer. Und was meiner Meinung nach auch geil ist, das Spiel hätte 10 mögliche Enden gehabt. Es hört sich halt wirklich wie ein echt solides Game an bis jetzt. Kommt natürlich aber auch drauf an, wie es auf der Wii-Konsole gewesen wäre. Aber deswegen eigentlich recht schade, dass das Spiel nie erschienen ist und hier existiert halt rein gar nichts. Kein Screenshot, kein Gameplay, keine Demo und es wurde einem auch nie irgendwas gezeigt. Deswegen gehen viele davon aus, dass zwar angekündigt wurde, dass dieses Spiel erscheinen soll, aber gar nicht daran gearbeitet wurde. Was vielleicht nicht ganz der Fall ist, denn 2014 haben zwei aus dem Hause Hullbridge Studios und Cthulhu Games in einem Interview gesagt gehabt, dass sie die Rechte hätten und das Spiel von Anfang an nochmal neu entwickeln wollen. Nur um dann einen Tag später deren Aussage zurückzuziehen, weil sie es doch nicht schafften, sich die Rechte zu beschaffen. Videomods war eine Show auf MTV2 gewesen und das Prinzip hier hinter war, dass du Videogame-Charaktere hattest, die für gewisse Songs performt haben. Zum Beispiel hatten sie Spongebob-Charaktere den Song All Small Things von Blink-182 performen lassen und das gab es eben einige Male mit verschiedenen Songs und dementsprechend Videogame-Charakteren. Die Show lief auch nur von 2004 bis 2005 und wurde auch kurz danach offiziell gecancelt. Über die Jahre hat man immer wieder mal Material zu der Show gehabt, wie den gerade erwähnten Spongebob-Clip, bis man über die Jahre genug hatte, um alles wieder zu haben, denn 2022 wurde das letzte Puzzlestück, sage ich mal, auf YouTube hochgeladen und somit hat man alle Episoden der Show wieder, also mal wieder was gefunden. Steve-O ist ein Part der Jackass-Crew und dieser hatte einen Film namens Paparazzi Stuntman geplant gehabt, vor über 15 Jahren mittlerweile, aber hat diesen selber nie released gehabt. Der Film wäre in Jackass-Manier gewesen, also kann man sich schon zusammenreimen, was da ungefähr abgegangen wäre, aber wie gerade erwähnt, hat er ihn selber bewusst nie released, da der Film in einer Zeit entstanden ist, die für ihn persönlich ziemlich düster war und er entschied sich eben, das Projekt dann nicht rauszuhauen. Davon schrieb er es zumindest in seinem Buch, daher hat man auch nur wenige Clips und den Trailer und dabei wird es sehr wahrscheinlich auch erstmal bleiben. Wie immer, Deleted Scenes von Filmen sind keine Seltenheit, wie in dem Fall bei Jackass 2, der 2006 erschienen ist. Ich glaube auch Jackass, wie auch gerade bei Steve-O, muss ich nicht groß erklären. Ich denke, fast jeder hat schon mal irgendwie davon gehört. Man sieht in der Serie oder in den Filmen einen Haufen von Pranks, Stunts und andere verrückte Sachen, die Normalos meistens nicht machen würden. Und für den zweiten Teil gab es einige Deleted Scenes, die es normalerweise als extra auf der DVD gegeben hat. Aber einige sind bis heute komplett verschollen, wie zum Beispiel ein Stunt, der Human Newtons Cradle hieß. Das wäre eine Art Pendel gewesen, wo vier Leute jedes Mal gegeneinander geknallt wären. Der wurde aber damals vom Film entfernt, da ein Don Vito, der Teil von diesem Stunt war, zum Zeitpunkt des Releases, nicht gerade schöne Anklagen gegen sich hatte, wofür er auch für schuldig gesprochen wurde. Hierbei geht es um einen YouTube-Kanal, der von YouTube entfernt wurde, da sich die Person, die der Kanal gehört hat, das Leben genommen hat. Daher sind auch alle Videos, die hochgeladen wurden, lost. Hier mal wieder ein Lost Dub, diesmal von Bob der Baumeister. Und hier findet man wirklich keine einzige Folge. Es scheint von dem malaysischen Dub nur den Teamsong der Serie zu geben. Man konnte auch nur herausfinden, dass Bob der Baumeister der malaysische Dub auf dem Channel namens Astro Serial lief, aber mehr nicht. Hierbei geht es um einen Lego-Film, der fast zwei Stunden lang gewesen wäre und das wäre hier auch das dritte Spin-Off von dem Lego Movie Franchise gewesen. Es führten aber verschiedene Faktoren dazu, dass der Film nicht erschienen ist. Zum Beispiel wollte der Director Jorge Gutierrez andere Möglichkeiten nachgehen, als anscheinend an diesem Projekt zu hocken. Also war der schon mal weg gewesen und dann hatten Lego-Filme wie den Iago recht schlecht performt, was das Einspiel der Kohle angeht. Und so ließ man das hier eben sein. Man hat zwar ein paar Konzeptarts von dem Film, aber kein wirkliches Material. Disney hatte 2009 diesen Film hier geplant gehabt, aber besonders vieles ist hier so gar nicht mal bekannt. Zum Beispiel zu der Story, man weiß nur, dass man ein kleines Mädel in einem Kleid als wahrscheinlich, weiß man aber nicht genau, Hauptfigur gehabt hätte. Und man hätte hier wahrscheinlich auch die verschiedensten ehemaligen Charaktere aus anderen Projekten gesehen, wie Schneewittchen als Beispiel. Auf jeden Fall wurde das Projekt gecancelt, da Disney sein Studio, was die handgezeichneten Animationen gemacht hat, nicht machte. Was ziemlich bitter war, denn es wurde, wie es scheint, schon einige Jahre an dem Projekt gearbeitet. Daher gibt es hier auch nur eine Handvoll Konzeptarts, aber mehr auch nicht wirklich. Ich denke mal, MC Hammer und Tupac sollten dem meisten etwas sagen. MC Hammer, der unter anderem den Hitsong Can't Touch This herausbrachte, arbeitete an einem Album namens Too Tide, wo auch Tupac dran mitarbeitete, wovon man jahrelang nichts hatte, außer eine Studio-Session aufnahme von 2008. Aber mittlerweile kann man sich das ganze Album komplett geben und auch online finden. Skrillex ist ein DJ und Musikproduzent, der vielleicht einigen durch den Song Bangering was sagt, auch wenn ich damit nichts anfangen kann. Auf jeden Fall sollte ein Album namens Voltage erscheinen, im Jahr 2012. Nur hatte das hier nicht den Grund, dass er irgendwie mit dem Projekt nicht zufrieden war, warum das hier nicht erschienen ist, sondern seine Festplatte wurde einfach geklaut, was dazu führte, dass das Album nicht erschienen ist. Aber es gab's noch Songs, die er retten konnte, da er davon noch Backups und so weiter hatte. Die wurden dann auch teilweise auf seiner Bangering-EP mit raufgepackt oder auf Dauer geleakt, aber nicht alle. Also ich denke, viele, die sich mit Creepypastas und gruseligen Fotos auseinandergesetzt haben, haben dieses Bild hier auf jeden Fall schon mal gesehen und bis heute weiß man eben nicht, was das originale Foto hier hinter ist. Es könnte dieses hier sein, was extrem bearbeitet wurde, aber da passt zum Beispiel der Hintergrund gar nicht und bei anderen Fotos passen andere Sachen eben nicht. Also hat man hier immer noch bis heute gar keinen Plan. 1962 gab es eine Art Orga, die versuchte herauszufinden, ob es das Loch Ness Monster wirklich gibt und das Mysterium dahinter zu lösen. Also hatten sie in dem vermeintlichen Gebiet, wo das Loch Ness Monster angeblich leben sollte, Kameras und weiteres Equipment aufgestellt, um es festzuhalten. Nur ist das Material, was sich dort angesammelt hatte, leider heutzutage lost. Was schade ist, weil es 1963 ein angebliches Video von dem Loch Ness Monster gegeben haben soll. Nur nicht im Wasser, sondern am Land. Wie gesagt, angeblich. 1993 hatte die Band Nirvana eine Show in Akron, Ohio an Halloween gehabt und laut einem Reddit-User, der wohl damals vor Ort war, wurde Kurt Cobain auch mit einem Schuh abgeworfen, der ihn am Kopf traf. Auf jeden Fall hatte sich die Band auch teils verkleidet gehabt, wie sich Kurt zum Beispiel als Barney, den Dinosaurier, und die anderen Band-Mitglieder als andere Figuren. Aber ja, viel mehr weiß man hier jetzt auch nicht. Es gibt viele Gerüchte, was hier noch so passiert ist, aber da man kein Material hier vorne hat, ist es schwer, viel darüber herauszufinden. Es gibt wirklich einen Haufen von das Phantom der Oper-Filme, wirklich einen Haufen, aber wie zu erwarten, gibt es hier auch eine verlorene Version, wie der erste Film, der 1916 erschienen ist. Dieser war ein deutscher Stummfilm gewesen und hier ist es so, dass der Film zwar in Österreich und in der Niederlande rund um 1916 und 1917 gezeigt wurde, aber wurde dann zurück ins Studio gebracht und dieses Material von dem Film wurde dann entweder zerstört oder ist irgendwie abhanden gekommen. Daher gibt es heutzutage keinerlei Material von dem ersten Film. Paranormalana oder wie sie eigentlich hieß Elena hatte vor allem Videos hochgeladen, wo es um Gruselzeug wie Paranormales ging oder auch echte Fälle wie verschwundene Personen und so weiter. Sie machte auch Videos über zum Beispiel Elisa Lam, sagt vielleicht einigen von euch was. Auf jeden Fall hatte sie zu der Zeit damals 50.000 Abonnenten gehabt, alles andere als schlecht. Nur ist ihr Kanal 2015 einfach weg gewesen. Der Hauptgrund soll wohl ein Stalker gewesen sein, auch wenn man hier keine hundertprozentige Klarheit hat. Und was den Content von ihr angeht, da hat man heute nur noch vereinzelte Re-Uploads, aber natürlich bei weitem nicht alles, was sie hochgeladen hatte. Vor der Entwicklung von Call of Duty Modern Warfare 3 wurde in einem anderen Teil namens Call of Duty Vietnam gearbeitet. Oder wie es intern genannt wurde, Falk of War. Es wurde hier auch von Slashhammer Games entwickelt, wie MB3 und das Spiel sollte in den 60ern und 70ern spielen. Es wäre auch ein COD-Teil gewesen, welcher einige, wie es beschrieben wurde, Deathspace-Momente gehabt hätte. Und falls ihr Deathspace kennt, es ist recht abgespaced. Nur was sie damit genau meinen, ist natürlich schwer zu sagen. Auf jeden Fall arbeitete man hier acht Monate dran und hatte auch schon circa 15 Minuten an Material spielbar fertig gehabt. Aber das Spiel wurde dann gecancelt. Und das eigentlich größtenteils nur, weil Slashhammer Games von Activision die Möglichkeit bekommen hatte, Infinity Ward bei MB3 und danach auch Advanced Warfare, was sie sich übrigens sparen hätten können, zu helfen. Was aber interessant ist, an dem Vietnam-Teil der nicht erschienen ist, ist der Fakt, dass es ein Third-Person-Game gewesen wäre und nicht First-Person. Also das Spiel Left 4 Dead sollte den meisten ein Begriff sein, ein Zombie-Survival-Game und Cabin in the Woods ist ein Horrorfilm, wo Chris Hemsworth unter anderem mitspielte. Diese beiden Parteien sollten eine Art Zusammenarbeit zwischen 2009 und 2010 haben, was natürlich, falls ihr das wisst, nicht viel Sinn macht, da Cabin in the Woods 2011 erst erschienen ist. Denn eigentlich sollte der Film vorher schon erscheinen, aber er hatte unter anderem einige finanzielle Probleme, der Film wurde einige Male verschoben, was dazu führte, dass es keine Zusammenarbeit mehr geben konnte zwischen den beiden Parteien. Daher hat man hier leider auch keinerlei Material von dem geplanten DLC. Also 1994 sollte wohl ein Spiel namens Sonic Junior erscheinen und das für die Sega-Pico-Konsole. Man weiß aber nicht genau, ob es Sonic in der Kleinversion gewesen wäre oder ob es Sonics Kind gewesen wäre. Auf jeden Fall war es zum Beispiel das Spiel Echo Junior, was für die Konsole erschienen ist. Alles andere als ein Verkaufsbanger gewesen. So, dass man das Spiel hier wahrscheinlich einfach sein gelassen hat. Davon geht man zumindest aus. Denn man ist sich hier nicht mal sicher, ob das Spiel wirklich überhaupt entwickelt wurde. Geschweige, ob man auch nur eine Minute an Zeit reingesteckt hat. Also das Ganze hier könnte auch einfach ein Scherz sein, der die Runde gemacht hat. Also es gibt das Epcot Center in Disney World und dort hat sich Communicore befunden. Und das gab es auch zweimal, einmal im Osten und einmal im Westen. Dort gab es die verschiedensten Attraktionen wie zum Beispiel Computer Coaster, wo man seine eigene digitale Achterbahn erstellen konnte. Oder Lost for Words, wo man eine Maus mit Hilfe seiner Stimme durch ein Labyrinth bringen musste. Was für die Zeit ziemlich interessant war, da man das alles zwischen 1882 und 1894 erleben konnte. Aber da es eben 1994 dicht gemacht wurde, hat man hier nur vereinzelte Bilder und zwei Videos und sonst gar nichts. The Amazing World of Gumball ist eine Serie, die 2011 erschienen ist und The Rex war oder ist eine gekennzelte Episode der Serie, wovon man das erste Mal 2012 was von mitgekriegt hatte, da eine komplette Liste der Episoden gelegt wurde und The Rex eben mit drauf stand. Bis 2020 hat man sonst nichts wirklich weiter drüber gewusst oder gehabt, bis auf, dass das Storyboard der Episode, was ihr jetzt sehen könnt, erschienen ist. Und laut dem Erfinder der Serie soll der Grund, weswegen die Folge nicht erschienen ist, seien, dass es zu teuer gewesen wäre, die Folge zu produzieren und es sich geldtechnisch einfach gar nicht gelohnt hätte. Hierbei geht es um eines der frühesten Online-Magazine oder Newsletter überhaupt, da die Online-Welt und damit natürlich auch Computer und so weiter immer größer wurden. Die erste Ausgabe hat es wohl 1953 gegeben und die letzte 1962. An sich waren die Newsletter meiner Meinung nach nicht sonderlich interessant gewesen. Wie es beschrieben wurde, ging es dort nur größtenteils um die Welt der Informatik und anderen Computer-Stuff? Auf jeden Fall gab es hier mindestens 217 Ausgaben, wovon einfach nur bis heute zwei wiedergefunden wurden und das sind auch die letzten beiden. Alex Jones ist an sich schon ein ziemlich kontroverser Kerl für die meisten, wegen vor allem gewissen Verschwörungstheorien, die er von sich gibt, wo natürlich jeder seine eigene Meinung zu hat, aber auch wegen Aussagen wie, dass das Massaker an der Sandy Hook Elementary School 2012 nur inszeniert war. Auf jeden Fall hat YouTube gewisse Videos von ihm entfernt gehabt, da er laut YouTubes Meinung über die Stränge geschlagen ist und die sind heute eben nicht mehr auffindbar. Earl Sweatshirt ist ein amerikanischer Rapper und The Archimist ist ein Produzent. Dieser wurde 2019 gefragt, ob er nicht mit Earl Sweatshirt zusammenarbeiten wollen würde und er antwortete darauf, dass schon ein geheim gehaltenes Album von den beiden existieren würde, beziehungsweise geheim gehalten von ihrem Namen her. Also das Album war auf YouTube öffentlich zugänglich gewesen, aber unter anderem Namen, damit man nicht direkt wissen würde, dass sie es sind. Leute dachten erst, dass es ein Witz von ihm war, aber das war tatsächlich der Fall gewesen und er bestätigte es auch 2021 nochmal in einem Tweet und seit August 2023 kann man das Album ganz normal unter ihrem eigenen Namen auf YouTube finden. Buddy Bolden war ein Musiker, der mit fünf anderen Membern eine Band gründete und das wahrscheinlich rund um 1895. Aber wirklich aktiv wurde die Band erst 1900 bis 1907 und die Band war auch ziemlich erfolgreich und populär zu ihrer Zeit gewesen, bis es Buddy nicht mehr möglich war, seine Karriere fortzusetzen wie geplant durch seine Schizophrenie und da es unter anderem auch so lange her war, gibt es keine Aufnahmen, Songs oder sonst was von der Band und es sieht auch nicht danach aus, dass viel weiteres in Zukunft darüber irgendwie ans Licht kommen würde. Also hier hat man wirklich nur extrem wenig Infos zu. Humongous sollte eine Nickelodeon Gameshow werden und die wurde auch 1999 aufgenommen. Es hätte in der Show eine Art Magier wie der aus Der Zauberer von Ausgegeben, der die Kinder durch Challenges führt und dann können diese eben etwas gewinnen. Nur gibt es hier einfach gar nichts. Kein Trailer, keine Videos, keine Fotos, nichts. Police Surgeon war eine britische TV-Serie, die 1960 erschienen ist und 13 Folgen hatte. Nur findet man heute nur noch die erste namens Easy Money und alle anderen zwölf sind lost. Ich glaube, Stranger Things sagt den meisten etwas. Auch wenn ich absolut kein Fan davon bin, ist es eine der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt und die Serie sollte ein Spiel bekommen, wovon man nicht mal den genauen Namen weiß. Man weiß auch nicht wirklich, worum es genau in dem Gang begangen wäre, nur dass gewisse Ereignisse wohl zwischen Staffel 1 und Staffel 2 abgelaufen wären und dass Entscheidungen, die du im Spiel triffst, sich in Zukunft im Game of the Story auswirken. Das Spiel wurde Mitte 2018 angekündigt und im selben Jahr auch gecancelt, da Telltale bankrott gegangen ist und die hätten es eben produziert. Man hat sonst nur wenige geleakte Clips und Fotos, aber natürlich nichts Spielbares. 1931 gab es ein Pferderenn-Event, was auch das erste war, was live im Fernsehen ausgestrahlt wurde und auch generell war es das erste Sport-Event, was live übertragen wurde. Und auch wenn man hier ein paar Minuten am Material hat, ist es nicht das Material, was übertragen wurde, denn das ist von Leuten, die vor Ort News darüber veröffentlicht haben. Da das originale Material aber live übertragen wurde, hat man davon eben gar nichts außer Bilder. Noah's Ark sollte 1995 erscheinen und ein PC-Spiel werden. An sich weiß man nicht viel hier drüber, nur dass es unter anderem ein Point-and-Click-Adventure-Game gewesen wäre und man hat ein paar Screenshots, die Verpackung vom Spiel und Magazinartikel. Aber das war es auch leider. Bubsy 3D war ein PlayStation 1-Spiel gewesen und dieses Spiel sollte auch ein Sega Saturn-Port bekommen. Also sollte es für die Konsole spielbar gemacht werden. Das geplante Spiel war auch in Entwicklung gewesen und sollte im Winter 1996 erscheinen. Wurde dann aber verschoben ins Jahr 97 und dann wurde das Spiel auch einfach gecancelt. Da das Spiel auf der PlayStation schon gefloppt ist und es soll auch ein wirklich unterirdisches schlechtes Spiel gewesen sein mit echt schlechtem Voice-Acting, schlechter Qualität und so weiter. Und bis auf ein paar Artikel, die davon sprachen, dass das Spiel rauskommen sollte, hat man eigentlich gar nichts. Doom sollte 1995 eine Erweiterung bekommen und zwar Episode 5. Und das kann man auch daran festmachen, dass vor einiger Zeit einige Elemente von Doom veröffentlicht wurden und man dort ein Level namens E5M1 gefunden hat. Also Episode 5, Mission 1. Aber außer diese Bilder hier, was zeigen soll, wie die Eröffnungssequenz ausgesehen hätte, hat man gar nichts und die Erweiterung wurde auch aus was für einem Grund auch immer gecancelt. Ich denke mal, einige kennen die Kingdom Hearts Reihe. Es gibt hier wirklich einige Teile und 2004 erschien auch das Spiel Kingdom Hearts Vcast, was aber nur exklusiv für das Various & Wireless Vcast erschienen ist. Und für vielleicht die Kingdom Hearts Fans, das Spiel ist non-canon. Und da 2012 das Vcast Network dicht gemacht wurde, ist das Spiel natürlich dementsprechend nicht mehr downloadbar oder spielbar gewesen. Aber über die Jahre haben viele Leute auf 4chan und in weiteren Foren gut Gas gegeben, um hierzu irgendwie irgendwas wieder recovern zu können und man vermisst nur noch das zweite Captor und das Spiel als Ganzes. Sonst, die einzelnen Captor hat man zumindest schon mal. Also, Luigis Mansion ist ganz normal 2001 erschienen und das für den Gamecube. Aber es gab im Jahr 2000 eine Tech-Demo bei der Nintendo Space World, wo es einige auffällige Änderungen zur finalen Version gegeben hat. Ich kann die Liste mal einblenden von den ganzen Änderungen. Und es gab noch eine Demo ein Jahr später, aber die war identisch zu der releaseten Version. Aber bis heute hat man nur vereinzeltes Material vom Gameplay, Bilder und den Trailer, aber mehr nicht. Halix war eine Science-Fiction-Band, die von Disney kreiert wurde und das am Anfang von den 80ern. Diese sollten eigentlich ein Album rausbringen, dessen Name nicht mal bekannt ist, nur kam das nie heraus und die Band lief an sich auch nur ein paar Monate. Und die traten auch nur live auf im zum Beispiel Disneyland, bis die Record Company, wo sie waren, die Band eben gedroppt hatten. Und so war vorbei gewesen. Es gibt's laut einer Dokumentation, die vor drei Jahren hochgeladen wurde, wohl noch ein paar Demo-Tapes, die bis jetzt aber noch nicht gefunden wurden. Und es gibt einen YouTube-Kanal namens Bango, der Songs der Band hochgeladen hat, nur sind das alles Live-Versionen und die Album-Versionen, wo man nicht mal weiß, wie weit die vorangeschritten war, geschweige, ob die aufgenommen wurde, hat man nicht gefunden. John war ein Musiker, der 1983 ein Album herausbrachte, namens Music for Supermarkets. Nur wurde nur eine einzige Kopie gedruckt von dem Album und um sicher zu gehen, dass es auch wirklich das einzige Exemplar ist, verbrannte man die anderen Tapes und das Album wurde zur Auktion gegeben, als eben Unikat. Einer der Gründe war, dass John seine Musik für Kunst hält und diese auch genauso besonders behandeln will. Aber bevor die Auktion zustande kam, gab es einen Live-Broadcast von dem Album und die Audio wurde aufgenommen. Also kann man die Songs rein theoretisch hören, nur ist die Qualität so schlecht, dass man es fast als unhörbar bezeichnen kann. Es gibt zwar noch drei Tracks von diesem Album, die recycelt wurden von John und für andere Projekte benutzt wurden, aber bis heute weiß man nicht, wer das Album gerade hat, ob es noch existiert und wo es auch nur ansatzweise ist. Tespis oder The Gods Grown Old war eine Kollaboration zwischen W.S. Gilbert und Arthur Sullivan und war eben eine Opernaufführung gewesen im Jahr 1871. Und die meisten Songs hiervon sind eben lost. Man weiß nur, dass zwei wohl noch existieren und zwar Climbing Over Rocky Mountain und Little Made of Arcade. 2017 erschien der Film All the Money in the World mit Mark Wahlberg und vielen weiteren Schauspielern und für den Film war auch Kevin Spacey vorgesehen. Dieser wurde aber durch Christopher Plummer ersetzt, da es zu der Zeit ekelhafte Anschuldigungen gegenüber Kevin Spacey gab und er dadurch von dem Projekt entfernt wurde. Also mussten alle Szenen, die von Kevin Spacey, weil die schon fertig geschossen wurden, von Plummer neu geschossen werden. Also die Szenen von Kevin Spacey existieren zwar und man hat auch ein, zwei Bilder und den Trailer, wo Spacey noch drin war, aber nicht mal ansatzweise das ganze Material und das werden wir wahrscheinlich auch nicht sehen. Also Artuk war der Name von einem unaufgenommenen Screenplay, Script, wie auch immer, welcher eine Adaption für das Novel The Incomparable Artuk aus 1963 sein sollte. Das hier hätte auch eine Comedy-Verfilmung sein sollen, wo die Hauptfigur eine Art Eskimo-Jäger gespielt hätte und den hätte John Belushi gespielt von den Blues Brothers. Dieser wurde aber wenige Monate später, nachdem er so großes Interesse an der Rolle hatte, lebtlos in seinem Apartment gefunden. Und der nächste Versuch, den Film irgendwie jetzt am Laufen zu kriegen, war sechs Jahre später, wo man versuchte, ihn wieder zu produzieren. Das gelang einem aber wieder nicht, denn acht Tage später war wieder Sense gewesen, denn es gab einige Missverständnisse und falsche Versprechungen am Set, was dazu führte, dass das Projekt wieder auf Eis lag. Und von diesem geplanten Projekt, von dem zweiten Anlauf, sollte der Schauspieler Sam Kinison-Typhon sein, der ist auch wenige Jahre später verstorben. Und nachdem diese Sache nun durch war, gab es trotzdem weitere Interessenten für die Rollen, die John und Sam hätten spielen sollen. Und zwar waren John Candy, den ihr vielleicht aus Kevin allein zu Hause kennt, und Chris Farley interessiert. Beide sind aber auch verstorben, bevor man den Film machen konnte. Und ab dem Zeitpunkt sprach es sich rum, dass es eine Art Fluch geben soll, der mit diesem Projekt verbunden sein soll. Weil eben so viel Mist und Todesfälle passiert sind. Und Material von dem Film, falls was gefilmt sein sollte, ist bis heute auf jeden Fall nicht aufgetaucht. Und ob man an solche Flüche glaubt, das liegt an euch. Ich denke wirklich, die meisten sollten noch Crazy Frog kennen, mit dem Song XLF, der mittlerweile über 4,3 Milliarden Aufrufe auf YouTube hat. Und dieser Charakter, Crazy Frog, sollte einen eigenen Film bekommen im Jahr 2008. Dieser wurde aber schon in Richtung 2007 oder 2008 gecancelt. Man weiß nicht, warum, man weiß auch nicht, wie der Film genau ausgesehen hätte, geschweige, wer mitgemacht hätte. Cyberworld oder Cyberworld 3D war ein animierter 3D-Film aus dem Jahr 2000, welchen man sich nur im Kino anschauen konnte. Und der war auch, wenn er seltsam aussieht, ein ziemlicher Erfolg. Denn der spielte über 16 Millionen Dollar ein. Und so wie ich es verstanden habe, hat der Film verschiedene kleine Filme enthalten. Acht Stück, um genauer zu sein. Und für die, die es interessiert, der Main-Charakter ist Fake, die von Jenna Elfman, vielleicht kennt ihr die ja von irgendeinem Projekt, gespielt wird. Und diese präsentiert den Zuschauern Cyberworld und zeigt uns in dem Fall verschiedene animierte Clips oder Videos. Und auch wenn der Film das letzte Mal, von dem man zumindest Bescheid weiß, Ende 2017 in einem IMAX-Kino ausgestrahlt wurde, hat man hier nicht alles an Material. Von den eben genannten 8 Episoden in dem Film wurden 4 komplett gefunden und das sind 3 bis 6. 1, 2 und 7 wurden größtenteils gefunden, aber 8 gar nicht. Und auch die Segmente, die in die anderen Episoden überleiten, sind nicht voll zu finden. Aber man weiß hier immerhin, dass das Material des Films noch existiert. Daher ist es nur eine Frage der Zeit. Die Band Switchwood hat laut ihrer eigenen Website 150 unreleased Songs. Was jetzt keine Seltenheit mehr ist, das ist mittlerweile bei vielen Künstlern so der Fall. Aber auf Reddit wird davon gesprochen, dass die Band wohl mal gesagt haben soll, dass sie rund 80 Songs per Album schreiben, wovon es nur ein ganz kleiner Bruchteil aufs Album schafft. Also kann man, wenn das stimmt, davon ausgehen, dass es weit mehr als nur 150 Songs sind. Einige spekulieren sogar, dass sich die Zahl irgendwo im Tausenderbereich befindet. Ziemlich hoch, glaube ich eher nicht, aber ist ja nur eine Spekulation. Und die Band hatte auf Twitter sogar mal einen Joke vor knapp drei Jahren darüber gemacht gehabt, dass man sich diese 150 Songs, wovon sie auf ihrer Website gesprochen haben, runterladen könnte mit einem Link. Nur war der Post am 1. April gemacht worden und war tatsächlich ein April-Chez gewesen. Hierbei handelt es sich um ein Screamer-Video, was wahrscheinlich verbunden ist mit irgendwelchen gruseligen Elementen, denn das Video wurde 2012 hochgeladen von einem bis heute unbekannten User. Man weiß aber ungefähr, wie das Video ablief und zwar schaltet eine Person die Nintendo 3DS an, geht auf die Kamera-Funktion und nachdem die Person auf weitere Bilder raufklickt, kommt ein Bild von Jeff the Killer mit einem lauten Schrei. Und das war's eigentlich. Rob Ford war von 2010 bis 2014 der Bürgermeister von Toronto gewesen und von diesem gibt es ein Video, wo er sich gewisse Substanzen reinknallt. Und da das Video schon vor sieben Jahren hochgeladen wurde, war es wohl damals los gewesen, gehe ich zumindest von aus, sonst wüsste ich nicht, weswegen das hier mit drauf ist. Auf jeden Fall kann man das Video noch finden. Disney hatte zwischen 2004 und 2005 einen Film geplant gehabt, namens Freddy Cat, der 2009 erscheinen sollte. In dem Film wäre es um Oscar und Corinna gegangen, eine Katze und einen Vogel und da ein Tier in der Nachbarschaft entführt wurde, wollen die herausfinden, wer das war. Auf jeden Fall wurde der Film ein paar Jahre später, rund 2009 gecancelt, man weiß auch nicht, wie weit genau die Produktion des Films ging, daher hat man auch nur ein paar Concept Arts und Reingangs vom Film an sich. Steven Spielberg sollte, denke ich, wirklich jedem ein Begriff sein. Dieser war bei dem Projekt hier 17 Jahre alt gewesen, also im Jahr 1964. Dort kreierte er einen Film namens Firelight. Dieser ging auch ein wenig über zwei Stunden. Er war hier aber nicht nur der Director gewesen, sondern auch der Writer. Der Film hatte auch nur ein Budget von 500 Dollar gehabt und wurde auch nur ein einziges Mal vor Publikum gezeigt. Und der Film hatte genau 1 Dollar Profit gehabt, da es genau 500 Leute geschaut haben, die je 1 Dollar bezahlt haben, außer einer, der warum auch immer doppelt zahlte. Und in dem Film geht es um unter anderem seltsame Lichter, die man am Himmel sehen kann, die damit zu tun haben könnten, dass auf einmal Menschen, Tiere und andere Sachen verschwinden. Und Aliens, die anscheinend eine Art menschlichen Zoo auf ihrem Planeten kreieren wollen, namens Altaris. Darum geht es so ungefähr in dem Film. Und wie die Tapes von dem Film verloren gegangen sind, ist echt bitter. Steven hat bei verschiedenen Produzenten diesen Film eingesendet, um zu zeigen, was er drauf hat. Um eben groß rauszukommen. Und eine Produktionsfirma, die er die Tapes schickte, ging bankrott. Zu dem Zeitpunkt, wo er ihnen die Tapes schickte. Und diese haben ihm die Tapes nie zurückgegeben. So sind sie bis heute einfach lost. Man kann sich die Filme zwar mehr oder weniger noch anschauen, aber nur im unverendeten Zustand. Fantastic Four, der Teil des 2015 erschienen ist, war alles andere als ein Hit. Aber der Film wäre eigentlich auch ziemlich anders geworden, als das, was wir zu sehen bekommen haben. Denn Josh Trank arbeitete an diesem Film und der Film sollte eigentlich 2 Stunden und 10 Minuten gehen. Wurde dann aber auf 1 Stunde 40 runtergecuttet. Dann gab es einige Stories rund um Josh Trank, dass dieser sich am Set daneben benommen haben soll, was unter anderem dazu führte, dass Fox Josh von dem Projekt entfernte. Und dann wurden viele Szenen, die im Film sein sollten, rausgecuttet, die sogar noch im Trailer zu sehen waren. Ich kann euch mal die Liste einblenden von ein paar Szenen, die es nicht mehr in dem Film geschafft haben. Und von diesen hat man eben immer noch nichts zu sehen bekommen. Dorothy and the Scarecrow sollte ein Sequel zum Wizard of Oz vom Jahr 1910 werden. Aber es ist nicht der einzige Film, der ein Sequel hätte werden sollen, sondern auch noch The Land of Oz. Also insgesamt 2 Filme. Und diese Filme hätten eben die Story weitergeführt, wie vom Teil davor. Und für die, die es interessiert, hätten Dorothy und Scarecrow einen Kampf mit einer Hexe gehabt, hätten den Jungen namens Tipp befreit und dieser wäre ihnen dann gefolgt. Das wäre das erste Sequel gewesen. Im anderen Teil wäre es dann um einen General gegangen, namens Jinju, der die Stadt Emerald City übernommen hat. Das ist es so grob. Aber da es hier über 100 Jahre her ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir noch irgendwas davon in irgendeine Art von Material kriegen werden. Denn man weiß nicht mal, welcher Schauspieler welchen Charakter gespielt hat. Doraemon ist ein Manga und Anime, natürlich aus Japan und 1983 sollte auch ein Film hier zu erscheinen. Beziehungsweise er ist eigentlich mehr oder weniger auch erschienen. Der lief 1983 im Kino, aber der Film war wirklich gar kein Erfolg gewesen, daher wurde er nie wirklich released für die Leute zum Kaufen. Daher hat man hier auch nur schlechte Aufnahmen von dem Ende vom Film und ein paar Bilder. Mehr leider nicht. Jeff Smith kreierte die Comicserie bauen und dazu sollte auch ein Film erscheinen. Daher machte Jeff ein Deal mit Paramount und Nick im Jahr 1998 um den Film zu produzieren. Und das sollte rund um das Jahr 2000 losgehen. Da lief aber einiges nicht so wie es sollte. Zum Beispiel hat Nickelodeon gar nicht mehr auf die Kontaktversuche von Jeff reagiert und hat ihn mehr oder weniger ablisten lassen und ihn wirklich im Dunkeln stehen lassen. Und dann haben sie eine komplett andere Vorstellung vom Film gehabt wie Jeff selber. Und da ging es wirklich um Kleinigkeiten wie magische Handschuhe und sowas. Und da Nickelodeon Jeff wirklich auf den Sack gegangen ist hat Jeff die Biegel gemacht was ich verstehen kann um ehrlich zu sein. Sie wollten ihm wirklich so wie es scheint überall reinpfuschen. Also war der Film gecancelt gewesen. Aber knapp acht Jahre später 2008 wurde wieder versucht ein Bone-Film zu produzieren. Diesmal in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Und es sollte sogar eine CGI-Trilogie werden. Davon gab es auch eine Art Demotape was Jeff gezeigt wurde und dieser war davon auch ziemlich überzeugt gewesen. Der erste Film sollte dann eigentlich auch 2013 oder 2014 erscheinen. Nun gab es keinerlei Updates mehr dazu. Und das zog sich bis 2016 bis man herausfand dass Jeff bei dem Projekt ersetzt wurde aber seitdem gab es auch wieder keine Updates. Also das war ein komplettes drunter und drüber und man hat hier wirklich fast gar nichts nur Concept Art soweit ich weiß. Banjo X oder dieser Name sollte angeblich ein Sequel der Banjo-Kazooie-Reihe werden. Aber das war hier nie geplant. Denn im Spiel Banjo-Tooie sagte der Charakter Grundhilder dass sie in Banjo 3 oder wie auch immer returnen würde. Aber das hat man nur als Joke eingebaut und nicht weil man wirklich ein Spiel parat hatte. Also das hier ist eigentlich mehr oder weniger nur eine Art Mythos der die Runde gemacht hat. Dieses Burger King Trainingsprogramm wurde in Mitte der 90er auf einer Philips TDI released. Und es war halt wirklich ein interaktives Trainingsspiel wo es zum Beispiel Burger King Mitarbeiter Fragen beantworten und sowas. Also ich verstehe nicht wie man auf die Idee kommt dass man denkt dass es auch nur irgendwie lukrativ ist es rauszubringen. Und ab Ende der 90er wurde das Spiel eigentlich gar nicht mehr aufgeworfen und man hatte gar keine Infos. Bis 2021 wo ein Typ namens Kylo Kyra eine voll spielbare Version von dem Spiel in einem Internetarchiv hochgeladen hat. Falls ihr bis hierhin geschaut habt vielen Dank fürs Zuschauen lasst gerne ein Like Support und einen Kommentar um mich zu unterstützen und folgt mal gerne auf Instagram Link ist in der Beschreibung. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.